Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das sind die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformationen in den sozialen Medien gewesen. Es ist Lauterbachs Kommunikationsstrategie, den Zweifel vieler wegzuwischen. Damit ist er nicht allein. Geimpft, genesen oder gestorben. Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, meine Damen und Herren. Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften. Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen. Und jetzt macht es, es ist zu eurem Besten.